Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Schlafzimmer. Nummer 7. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich dekoriere mein Schlafzimmer je nach Jahreszeit, um eine frische Atmosphäre zu schaffen. Ich dekoriere mein Schlafzimmer je nach Jahreszeit, um eine frische Atmosphäre zu schaffen. Kerzen geben meinem Schlafzimmer einen angenehmen Duft und eine romantische Stimmung. Kerzen geben meinem Schlafzimmer einen angenehmen Duft und eine romantische Stimmung. Kerzen geben meinem Schlafzimmer einen angenehmen Duft und eine romantische Stimmung. In meinem Schlafzimmer gibt es einen geräumigen Kleiderschrank. Vorhänge im Schlafzimmer schützen vor neugierigen Blicken und regulieren das Licht im Raum. Vorhänge im Schlafzimmer schützen vor neugierigen Blicken und regulieren das Licht im Raum. Vorhänge im Schlafzimmer schützen vor neugierigen Blicken und regulieren das Licht im Raum. Im Schlafzimmer habe ich eine kleine Ecke mit einer Yogamatte für meine morgendliche Routine. Im Schlafzimmer habe ich eine kleine Ecke mit einer Yogamatte für meine morgendliche Routine. In meinem Schlafzimmer werden Erinnerungen an schöne Reisen durch verschiedene Fotos wach. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.